Guckt mal rüber, vielleicht steckt euch ein Halbkreis hier um. Wir sind ja beim Thema Fritschen, ja, und nach und nach wollen wir da besser werden. Okay. Eine ganz wichtige Sache ist, und das kriegen wir jetzt im Quadrat, aber das können wir auch richtig machen, bereit sein, bereit sein heißt, etwas tiefer stehen, ja, und die Arme gleich so haben. Und vielleicht auch nicht so, sondern vielleicht ruhig auseinander, ja, weil das später wichtig ist. Hier seht ihr, seht ihr das nicht? Dann Bewegung zum Ball, sie läuft zum Ball, und dann die Arme zum Bereich hochführen, bevor ich am Zielort bin, ja, und dann bilden wir, was steht hier? Eine Reihe, genau, Zeige und Daumen bilden wir eine Reihe, und ich muss den Ball, muss ich sie so nehmen, oder lieber so? Ja, so ist besser, warum? Wer weiß es? Ja, das Problem ist hier, ich kann ihn nur noch, hier kann ich die Kraft auf den Bein übertragen, ja, also ich kann ihn schieben und besser spielen, ja. Okay, das wollen wir jetzt nochmal üben, jetzt machen wir das mit der zweiten Gruppe hier einmal vor. Okay, gelb! Gut, okay. Blau! Gut, gut. Okay, gut. Untertitelung. BR 2018